Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zurück zu Ellen Wake. Ja, nach der letzten Folge, Rage 12 hieß sie, ich war wirklich angepisst und ich hatte ein paar Tage Pause, wie ich es angekündigt habe. Und ich hoffe, ich kann diese Folge verwenden und kann rechtzeitig eine weitere Folge produzieren. Und ich habe da nämlich auch etwas vorbereitet. Und zwar drehe ich mich jetzt einmal um. Huh, das war zu weit. Drei Autos. Ich bin den ganzen Weg hier hochgelaufen. Ein zweites Auto stand ja noch am Turm und ein Stückchen weiter unten noch eins an dieser Hütte. Die habe ich jetzt hier alle aufgestellt. Leider hatte ich schon ein paar Gegner, die während ich dieses Auto von der Hütte holen wollte, kamen. Deswegen qualmt es schon und es wäre komplett einsatzbereit. Aber es hilft uns vielleicht trotzdem noch ein wenig. Jetzt muss ich mal eben testen. Ich würde die natürlich gerne etwas weiter hier unten hinstellen. Einfach damit der Weg nicht so weit ist. So, ich pirsche mich mal ganz vorsichtig ran, weil ich eben nicht genau weiß, wann die nächsten Gegner kommen. Das ist das Problem. Und eigentlich müssen wir doch, glaube ich, sogar direkt bis vorne hinfahren. Aber das können wir dann mit dem Auto machen, mit dem wir als erstes starten. Ich will das natürlich auch nicht zu sehr in den Weg stellen. Nicht, dass ich das selber mit meinen Fahrkünsten hier über den Haufen crashe. Okay, ich denke, das sollte erstmal reichen. Den zweiten Wagen schnappen wir uns, stellen den da auch ungefähr auf die Höhe. Und dann werde ich mit dem halben Auto, sag ich mal, was schon ein bisschen qualmt und demoliert ist, starten. So, liebes Auto, Nummer zwei. Dich stelle ich mal hier hin. Ich bin gespannt, ob der Plan aufgeht. Wenn ich das jetzt wieder nicht schaffe, dann muss ich, glaube ich, leider wirklich austicken. Noch bin ich aber frohen Mutes. Habe noch keine Aggressionen geschürt. Ich fürchte, das kann immer ganz schnell gehen. So, mit diesem Auto wollen wir starten. Denn ich habe natürlich auch gar nicht mehr so viel Muen. Wäre ja... Ist da eine Kiste? Ne. So, ich muss nur aufpassen, dass ich die anderen Autos selber nicht über den Haufen fahre. Das Auto nervt ein bisschen mit seiner Sicht. Ich will hier gucken und er geht immer alleine wieder zurück. Ja, fuck it. Ich glaube, wir müssen nämlich erst da hin. Und dann dreht der Kran oder Bagger da durch. So, das heißt, wir müssen dieses Auto wieder richtig hinstellen. So, Moment. Wir fahren da nochmal so ein bisschen dichter ran. So. Guck mal. Und dann kann ich gleich einsteigen. Das ist doch relativ optimal. Und ich hoffe, dieser Plan geht auf, liebe Leute. Ich hoffe, dieser Plan geht einfach mal auf. Was ist hier jetzt los? Ja. So. Fahr, fahr, fahr! Okay, das ist in Ordnung. Ich habe nicht so viel Schaden abbekommen. So. Die beiden Gegner haben wir somit schon erledigt. Aber wir wissen ja, es kommen noch eine ganze, ganze Menge mehr. Und ich habe Probleme gerade mit der Autosteuerung, bevor Alan wieder aussteigt. So. Fahren wir hier mal eine kleine Runde rum. Der Kran rastet halt auch ziemlich aus. Deswegen, wir versuchen erstmal den, den fetten. Huh. Schöne. Der Fette scheint tot zu sein. Der ist auch weg. Und unser Auto fährt immer noch. Komm, 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 komm. Ah! Ja, das ist super. Vielleicht kann ich ihn hier so überfahren. Gut, das hätten wir. Jetzt drehe ich hier einmal um. Ich finde die Taktik... Uh! Da haben wir schon die nächsten Kollegen. Ich werde mich mal ein bisschen hier zu den anderen Autos verziehen. Falls ich nämlich gleich... Wo sind sie? Was? Jetzt kommen die von da? Das ist nicht wahr. Ich drehe wieder um. Oh, ich kann hier auch so schlecht sehen, ne? Okay, ich muss einfach fahren. Da bin ich mal sauber dran vorbeigefahren, würde ich sagen. Da ist einer. Nicht gegen den Strohballen. Der Kran macht es mir gerade nicht leicht. Mit seinem, äh... Blöden rumvibriere da. Geht mir ein bisschen auf den Sack. Und ich, äh, sehe noch weniger. Ja? So. So. Komm schon. Ich hoffe, das Auto macht es noch ein bisschen. Zumindest für diese Runde. Für diese Runde Gegner. Okay. Das... Scheiße. Alter, ich ticke aus, ne? Nein! Okay, ich muss schießen. Komm, du schaffst es zum Auto. Bitte. Wir heilen uns. Steig ein! Es ist hier kein Spaß, Ellen. Boah, das war ein ganz knappes Ding. Ein ganz knappes Ding, Leute. Das andere Auto ist Schrott. So. Kommt ruhig ein bisschen näher. In der Zeit können wir uns heilen. So. Umdrehen. Und Anlauf. So. Okay. Nicht dagegen. Nicht dagegen. Das wäre gar nicht gut. Umdrehen. Ja, jetzt fahre ich gegen den Felsen. Auch nicht so gut. So. Das kann aber noch nicht alles gewesen sein. Ich sag's ja. Da kommen die Nächsten. Kommt ruhig ein bisschen näher, meine lieben Freunde. Ich warte auf euch. So. Da kann ich aber schlechte... ...fahren. Gut. Ich fahre vorbei. Macht... Ist nicht weiter schlimm. Gar nicht weiter schlimm. Das Auto ist noch heile. Jetzt weiß ich nicht, wo sie sind und ob sie hier plötzlich wieder irgendwo hinter uns... ...da seid ihr, meine lieben Freunde. So. Dann nehmen wir jetzt Anlauf. Da. Komm schon. Ah, die Fetten, die können relativ viel ab. Da muss ich wirklich mehrmals gegenbörnen. Da sind... ...leider noch einige. Der Kran ist auch relativ am Abspacken immer noch. Das nervt, hab ich schon mal gesagt, ne? So. Wo sind meine letzten Freunde? Da. Ah, und da sind auch welche, die... ...von der Dunkelheit noch besessen sind. Die werden wir ihnen jetzt austreiben. Kommt her, meine lieben Freunde. Kommt her. Ich werde euch platt machen. Auch wenn ihr euch jetzt vielleicht ein bisschen mehr... Wieso das denn? Einfach mal von hinten kommen, ne? So. Hier, ihr zwei. Das war's für euch. So. Ich fahr hier wieder... ...ein Stück zurück. Oh. So. Ich fahr gleich weiter. Schnell umdrehen. Und zurück. Den kann ich relativ schlecht erwischen da. Das wird... ...gefährlich. Aber so geht's auch. Dann können wir ihn aufstehen lassen. Ist er weg? Er ist weg. Okay. So. Dann gehen wir wieder in Position. Hinter uns schon wieder. Wann hört das denn auf? Spawnen die immer wieder neu? Nee, nee. Es kann ja nicht sein. Ich möchte lieber eigentlich erstmal in die... ...in die Menge fahren. Ich muss mich hier auch ein bisschen konzentrieren. Das ist alles nicht so einfach. So. Dich hab ich weg. Das Auto hält relativ gut durch, muss ich sagen. Das ist gut. Dann hab ich dich... ...und dich. Ich wäre überaus dankbar, wenn jetzt mal zwischengespeichert wird. Ich habe das dumpfe Gefühl... ...das war immer noch nicht alles. Ihr blöden kleinen Penner. Und da sind wieder ordentlich Dicke dabei, ne? So. Wir fahren. Oh. So. Dann bleiben sie wenigstens... Ich habe das Gefühl, das Auto fährt gleich nicht mehr. Ich komme hier relativ schwer in Gang. Ich muss einfach mehr Anlauf haben. Aber das Auto qualmt noch nicht. Also es müsste wirklich noch einiges aushalten. So. Jetzt gib Gas. Und fahr am besten gleich einmal zurück. Fahr zurück, fahr zurück. So. Du klopst. Du bist als erstes dran hier. Jetzt fängt das Auto an zu qualmen, wenn ich es richtig sehe. Ah. Gut. Das war auf jeden Fall der letzte. Wir drehen um. Checken die Lage. Ich ticke hier aus. Das kann doch nicht sein, oder? Ich fahr hier mal ein bisschen den Weg zurück. Oh, ihr geht mir so auf den Sack. Ihr geht mir so wahnsinnig auf den Sack. Ich muss auf jeden Fall dieses Mal in der Nähe des anderen Autos bleiben. Irgendwas blinkt doch da, oder? Täuscht das? Ich weiß nicht, ob das klappt. Okay, komm. Okay, komm. Und Rückwärtsgang. Komm. Nein! Mann, was soll die Scheiße? Okay, ist mir egal. Ist mir egal. Nimm einfach das andere Auto. Fahr, fahr, fahr. Das Auto ist zwar noch heile, aber irgendwas ist hier schon wieder schiefgegangen. Ich glaube, diesmal war es meine Schuld. Ich habe ihn jetzt verklickt. Dieses Auto kann leider nicht so viel ab, glaube ich. Es ist nicht dafür gemacht, hier Leute über den Haufen zu fahren. Und wir sind jetzt hier eine Vierte. Nee! Ich... Das... Leute, was macht ihr hier? Dieses Auto ist nicht dafür gemacht. Habe ich schon gesagt, ne? Okay, nichts zu weit vom anderen Auto weg. Wichtig. Jawohl. Gut gemacht. Die Musik... Ist es jetzt vorbei? Ey, ich habe hier gleich keinen Bock mehr. Ich habe hier gleich tatsächlich keine Lust mehr. Es kann doch nicht sein, dass er hier 30.000 Gegner mir hier hinstellt. So, ich fahre hier oben hin. Drehe um. Ist es jetzt bitte der Letzte? Aber das waren doch eben mehr. Eben kam sie. Oder liegt es an mir? Weil ich hier nicht vorwärts komme, spawnen immer wieder neue. Kann das sein? Wenn ich... Wenn ich diese ganze Scheiße nochmal machen muss, Freunde, ne? Garantiere ich für nichts. Aber es bleibt ruhig. Es scheint jetzt... Nein, fickt euch. Ich wollte nicht mehr solche Wörter sagen. Fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück. Gut gemacht. Das Auto macht es nicht mehr lange. Oh, es fährt nochmal los. Ich habe gerade schon wieder Panik gehabt. Fahr. Gut, es geht noch. Dich kriege ich auf jeden Fall noch damit platt. Es sei denn, du steigst wieder einfach aus dem Auto. Okay, ich... Dich schieße ich jetzt einfach tot. Ich... Ne. Ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr auf dieses Spiel. Ich habe keine Lust mehr. Jetzt habe ich es mir versaut. Jetzt habe ich es mir tatsächlich versaut. Und werde sterben. Das ist doch hier... Wo sind meine Blendgranaten? Ihr könnt mich alle mal kreuzweise... Hier. Sterbt. Ich bin gleich tot. Noch eine Blendgranate. Scheiß drauf. Es wäre wirklich schade, wenn es an dieser Stelle scheitert. Aber es muss doch jetzt mal genug sein. Ich weiß, Finale und so. Aber irgendwann ist es mal gut. Und ich hoffe, das ist bitte jetzt. Wir müssen den Kran auch noch ausschalten. Keine Blendgranaten mehr. Keine... Das ist nicht wahr, ne? Das ist nicht wahr. Oh. Dieses scheiße Auto fährt gleich nicht mehr. Ich weiß es. Es kommt halt auch super schwer an Gang hier. Leute, schreibt mir doch mal. Mache ich hier irgendetwas falsch? Ich glaube, die kommen tatsächlich immer wieder, oder? Kann das sein? Was ist das bitte? Was ist das bitte? Helft mir! Schon wieder! Das kann doch nicht sein! Die kommen wirklich immer wieder. Es kann nicht anders sein. Aber wie kann ich hier abhauen? Ich kann hier auch nicht abhauen. Und ich werde hier krepieren. Ich werde hier krepieren. Ach, man kann durch das Stroh durchfahren. Das ist gut zu wissen. Also anders kann ich mir das jetzt wirklich nicht mehr erklären. Das ist doch alles furchtbar hier. Es ist einfach alles nur furchtbar. So, ich frage mich, wie ich das Ding jetzt hier plattkriege ohne Blendkanaden. Nein! Da hinten ist Licht! Bitte! Ich hätte mir die ganze Rotze sparen können hier. Wisst ihr das eigentlich? Nein, Lauf! Kontrollpunkt! Kontrollpunkt! Ich habe mir noch nie so sehnlich seinen Kontrollpunkt gewünscht. Und das hätten wir 20 Minuten für diese Scheiße. Ich hatte da einfach beim ersten Schwung... Da hinten ist noch so ein Penner. Der kann nicht mal. Du kommst mir hinterher, Freund! Das ist das Allerletzte. So, kann ich hier bitte jetzt erstmal Ruhe haben? Oh, ich ärgere mich sehr über mich selbst gerade. Ich hätte mir so viel Arbeit gar nicht machen brauchen. Okay, hier finden wir nichts. Ich hoffe hier... Wir können in diese Hütte rein und... Munition und Blendgranaten und alles überhaupt! Bitte! Ja! Gegend abchecken. Ist hier noch was Gelbes? Ich vermute, wir müssen in die Hütte. Okay, ein bisschen Blente, Granaten... Beziehungsweise eine und etwas Munition. So, jetzt habe ich schon wieder so... Ich hänge hier auch schon wieder fest. Oh, das war in allerletzter Sekunde. Der hatte uns schon... War kurz davor, uns zu schlagen. So, und du kleiner Spacken kannst dich auch verpieseln. Ist Ruhe? Ah, guckt mal! Da hinten ist noch ein kleines Scheißhäuschen vermutlich. Ein Plumpsklo. Aber wir können hier gar nicht rein. Es ist tatsächlich ein Plumpsklo. So. Ich gehe hinter der Scheune oder Lagerraum lang. Gucke, ob ich hier noch irgendwas finde. Ein altes, verschrottetes Auto. Sieh mal eine an. Leider wird nichts für uns drin. So, die Folge neigt sich da auch schon wieder dem Ende zu. Es nützt nichts. Oh Gott, was ist da hinten los? Ich will nicht zu dieser verdammten Farm. Ich will es nicht. Nein. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Untertitelung des ZDF, 2020